3, 4, 58 links. 3, 5, nube. 3, 5, nube. 8, 5, nube. Okay, also rechts mit Launch Control gestartet. Das heißt, er drückt auf den Knopf, da kann er Vollgas geben und einfach nur bremsen müssen und dann geht die Kiste vorwärts. Das ist dann ein elektronisches Hilfesystem für den schnellen Start. Verschiedene Fahrer haben sowas in der...